Da kann man eigentlich noch mehr draus machen, ne? Oh, Bücher schreiben? Nee. Leichenverbrennung. So, ähm... Verbessere Kiste und Beet mit Stäben. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Das könnte man natürlich auch machen, aber... Oh, Brauplatz. Oh, das klingt gut. Das klingt richtig gut. Hm. So, hier brauchen wir noch 20, noch 5 Stück. Mehr können wir nicht machen. Ja, da brauchen wir halt die blauen und das ist halt schwer ranzukommen, ne? Deswegen, denke ich mal, werden wir erstmal auf... Oh, klar, das könnten wir eigentlich auch machen, ne? Sword Master. Schwertmeister. Du weißt, wie man die Klingel schwingt. Du verursacht zusätzlichen Schaden und siehst vermutlich ziemlich cool dabei aus. Haha. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja, komm, ganz ehrlich. Machen wir einfach. So, ähm... Komm. Haben wir einfach mal gemacht. Damit wieder ein bisschen vorankommt, ne? Ist ja auch nicht schlecht. So. Wir haben jetzt die Schaufel. Die haben wir blöderweise ja versaubeutelt. Aber ist egal. So, ähm... Was haben wir denn hier? Das Grab. Können wir eigentlich auch mal verschöner, ne? Das, denke ich mal, machen wir auch. So, ähm... 81%. Das ist nicht ganz so gut. Aber hey, das wird schon irgendwann nochmal besser, ne? Werden. Und, ähm... Ja. Leichen. Eine von eins. Ah, haben wir noch, haben wir noch. Hey, genau. Wir können ja eigentlich, glaube ich, wenn wir halt mehr Plätze haben in der Leichenhalle, dann denke ich mal schon, dass wir halt irgendwann mehr Leichen denn halt sammeln können und halt sie ziehen können und sowas. Irgendwann. So, nein. Wir wollten... Nee, erstmal die Leiche. Genau, bevor das noch schlimmer wird. Das wollen wir ja nicht, ne? Das wollen wir ja nicht. Ich hoffe mal, dass wir auch den Zaun alles ordentlich machen können. So, gucken wir mal. So. So, sehr schön. Bestellung zu können, haben wir auch wieder. Und wir hatten so viel Geld schon, ne? Weil dieses Holz, äh, dieses Fleisch, das ist schon echt nervig eigentlich, wenn man so überlegt. Das Blöde ist ja auch, wir haben ja auch kein... Keine Tränke oder so, ne? Aber ist egal, wir machen erstmal das... Nee, wir gucken erstmal an, was wir anpflanzen können. Das ist immer viel wichtiger, glaube ich. Oder... Ja, komm, das machen wir mal schnell. Pflanzen. Samen haben wir natürlich nicht. Deswegen, wenn wir einfach mal den Kompost hier anfertigen und... Ach, schön. Schade, dass wir hier nichts davon bekommen, keine Ressourcen hier. Oder ist es schon... Naja. So, das nächste ist, wir gehen in die Stadt und kaufen uns da Samen. Weil ohne Samen kein Gewinn. So, hoffentlich kriegen wir das noch hin, da alles. Das wäre noch ein schönes Highlight. Na, das werden wir auf jeden Fall nicht mehr hinkriegen. Schade, schade, schade. Ist aber egal, wir werden jetzt einfach ins Bett gehen und dann... ...bereicht das auch. So. Ey, warte mal, wir können noch... Eisenerzler. Sehr gut. Holzstapel. Säge, Bock, Holz... Oh, Vergrössung. Steinschneider. Steinschneider ist gar nicht mal so blöd. Naja, egal. Kommen wir hier noch was? Nägel. Komm, machen wir einfach mal Nägel. Nee. Nein, nee. Das muss leider bis morgen früh warten. Und dann können wir eigentlich zum Archäologen gehen. Ne, weil ich finde es immer blöd, dass es eigentlich von der Tageszeit abhängig ist. Aber hey, so schlimm ist es eigentlich auch nicht. Von daher... So, und gespeichert das Ganze auch. Sehr schön. So, dann machen wir mal gleich mal hier weiter. Steinschneider. So, jetzt können wir... Gut. Dann können wir hier oben hingehen und bauen noch was anderes. Steinschneider. Finde ich sehr interessant und werden wir auch bauen. Hm. Schade, ich habe irgendwie gedacht. Naja, egal. Passt schon. So. So, nur kann man den Hof auch nachher irgendwann vergrößern und dann ist er eh... Das sind wirklich ein Stein. Wir haben... Haben wir doch nicht... Wir haben doch einen Stein, oder nicht? Ja. Warum? Wenn wir einen Stein haben... Ach so, ach deswegen, okay. Warte mal. Ähm, hallo. Ähm... Arbeiten? Ach, egal. Oh, der braucht aber... So viel wie geht. Gut. Sehr gut. Dann haben wir das also. Okay. Dann können wir uns... Haha. Dann können wir uns... Warte mal. Ja, wir können uns was kochen. Hm. Ne, komm. Ach, das ist natürlich jetzt echt blöd, ne? Ach komm, ganz ehrlich. Koch-Tisch. Oh, Bärensaft. Wie cool ist das denn? Ach, verdammt. Wir müssen uns hinlegen. Hä? Gut, dann haben wir jetzt das. Und dann warten wir kurz. Okay, alles klar. Super. Gut. Ähm... Grabstein. Komm, dann gehen wir ganz schnell zum, ähm, zum Platz. Und dann sollte es eigentlich ein bisschen besser aussehen, ne? Ja, ich finde auch irgendwie so ein cool, so ein Wagen oder so, damit man... Oder Schauf... Ähm, so eine Schubkar oder so, wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, Holzstämme zu transportieren. Das wäre zum Beispiel was ganz Schönes gewesen. Aber, naja. So, gucken wir mal. Also, äh, Grab. Grabstein. So, das haben wir auch fertig. Äh, Grabstein. Zack. Grabstein. Zack. Ja, wir müssen, wir müssen ja ein bisschen hier Ordnung schaffen, ne? Müssen wir auch noch eine Umrandung haben. Eigentlich ist das ja auch noch super optimal. Ja, es ist, glaube ich, zu spät mit den Archäologen. Äh, dann machen wir das nächstes Mal. Dann ist egal. So. Ne, das riskiere ich jetzt nicht. Ist egal, wir gehen jetzt schlafen und... Hey, egal. Schade drum. Aber, naja. Beim nächsten Mal, wie gesagt. Gut, dann hätten wir das. Also, ich weiß jetzt gar nicht, äh, weil jetzt, was jetzt kommt. Was ist es, ist Nacht? Haben wir durchgeratzt? What the fuck? Gut, egal. Ähm, das hätten wir auch. Gut, Holzbalken. Balken brauchen wir. Das ist es nicht. Wir brauchen nur Balken. Ja, das, das kommt. Das können wir mal machen. Warum? Ne, eigentlich nicht. Oh! Oha! Sehr schön. Gut, gut, gut. Ähm... Oh, das gibt ja wahnsinnig viel Erfahrungspunkte. Ah, warum nicht? Ja, langsam kommen wir an... Tutorials. Das war's nicht. Das war's auch nicht. Blaupen, wir brauchen ja im Keller. Beim Studiertisch kriegen wir den ersten. Oh, er ist da. Hallo, hallo, hallo. Dann gehen wir gleich mal zu ihm. Aber vorerst machen wir das erstmal hier fertig. Oh, plus zwei. Sehr schön. Oh. Echt jetzt? Na gut. Das ist ein Lohn dafür, dass du unsere Brüder und... Das ist unser Teil. Soweit du eine Leiche begraben kannst, ja. Oh Gott, das ist viel zu kompliziert, um meinen Traum zu erreichen. Oh, die Stadt ist das Herstück unseres glorreichen Landes. Der Palast der Kathedrale, als du befindet sich dort. Du solltest es dir einfach selbst anschauen. Hm, aber nicht in diesen Klamotten, das wäre ja lustig. Warum komme ich zur Stadt? Sie befindet sich nicht weit vom Dorf entfernt. Halte dich an der Teferne einfach südlich. Okay, keine weiteren Fragen. Gespräch, Ben. Gut, also. Sehr schön. Ben, wir brauchen noch so Kisten. Hm, okay. Dann ist das so, ne? Gut. Ey, das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht, dass man noch reparieren kann. Gut, okay. Dann hätten wir das hier erledigt. So, und wir gehen jetzt erstmal hier rum. Ein Stein, sehr schön. Oh, wir haben ja schon wieder so viel, ne? Das ist so geil. So. Könnte man eigentlich, ne? Aber lasse ich erstmal in Ruhe und dann. So. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes in die Stadt. Warum in die Stadt? Weil wir Ressourcen brauchen. Ne? Und ohne Ressourcen. Äh, ohne Saat ist natürlich blöd, ne? So, gucken wir nochmal. Also, Technologien. Brauchen wir noch zwei, zwölf Werkzeuge. Komm, bauen wir einfach. Sehr gut. Können wir also, können wir die bauen, oder wie ist das? Ja, müssen wir ja, ne? da gucken wir nochmal gleich, ne? So, sehr schön. Nein. Na los. Gut. Oh, 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 was ist denn hier? Achso, ja, stimmt. Das können wir auch noch machen. Das hat Zeit, das hat Zeit. So. Genau, ich will erstmal gucken wegen, ähm, Werkzeugen. Oh Gott. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, ne? Also,